servus glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren folge taktik fuchs diesmal zum bundesligaspiel beim fc augsburg bayerisches derby wo die mannschaft sich leider von allein aufstellt quasi nichtsdestotrotz gehen wir mal rein in den bums hier gut vierer kette wird sich sehr wahrscheinlich so aufstellen wie ich sie auch erst mal reinballern werde jetzt muss ich erst mal gucken ob der dörr ist schon drin hier ist es ja wunderprächtig wenn wir jetzt noch die lucht finden ich weiß nicht ob sie so rumspielen oder andersrum in der innenverteidigung wir werden sehen ich gehe davon aus und ich würde sehr wahrscheinlich auch genauso machen erst mal so anzufangen in der viererkette klar können wir auch über azenu nachdenken und sagen weiß ich gar nicht wie alt er ist 17 18 jährigen von der barcelona aus akademie haben dafür habe ich bisher zu wenig von ihm gesehen ich würde ihn auf jeden fall mitnehmen als alternative falls das nicht klappen sollte oder sich jemand zusätzlich noch verletzt ja dann hast du ja schon fast gar keine wahl mehr von daher das mittelfeld stellt sich natürlich auch alleine auf da wird tuchel aber zum glück gezwungen denke ich ja da haben wir paulovic und guretzka ja ich würde sie so ein bisschen so sehen anstatt auf einer höhe nebeneinander ist vielleicht gar nicht schlecht ja die combo ich überlege gerade haben wir die combo schon mal zusammen gesehen ich kann sie mir sehr gut vorstellen auf jeden fall ja also ich denke das ist ja immer noch eine passable hintere reihe ja da müssen wir nicht drüber rum nicht drüber rum reden gut ansonsten ich würde mit musiala auch beginnen würde ich schon schon so tun des weiteren würde ich mit intel beginnen da bleibe ich bei er hat sie es auf jeden fall verdient gehabt und ich würde ihn gerne mal von anfang ansehen ja und ich würde es ganz kurios machen und ich würde müller mit aufstellen ich weiß würden viele von euch wahrscheinlich würden komann und sané bringen oder auf jeden fall sané wahrscheinlich obwohl ich in sané schwächer fand wie komann im letzten spiel beide waren jetzt nicht super durchschlagskräftig oder super haben die super vielen chancen kreiert oder sonst was von daher denke ich einfach mal gib mal bei eine zwangspause gib mal bei eine kleine nachdenkpause und mach einfach mal was anders auch hier könnte man sogar je nach spielsituation kannst du natürlich auch sagen du verschiebst die ganze schoße so ja und schiebsten koretzka da rein und pavlovich mit einer klaren klaren 6er macht koretzka den 8er bis 10er und du spielst mit einer doppelspitze ja das kann man natürlich ein bisschen variabel halten je nach spiel je nach spielsituation und so weiter das wären natürlich alles möglichkeiten die da wären wenn du mit dem tell spielst also kannst du auch einfach mal wechseln dass ein tell vielleicht hinter dem heavy spielt und muss ja dann nach außen geht oder müller und so weiter die drei können da vorne schon durch wechseln das sollte alles nicht das problem sein den müller sehen wir gar nicht gut das wäre meine meine aufstellung da hast du den koman und sané noch draußen dazu den ein oder anderen jugend spieler ja und kretzig hast du auch noch und so weiter ja man könnte auch sagen kretzig für davis denke ich wäre wahrscheinlich auch nicht viel schlechter als hon sie es gemacht hat aber vielleicht kann man mal sehen ob das vielleicht schon mal so einen kleinen länge anstoß gegeben hat dass er draußen war das ist ja immer ein ganz guter test dass was bewegt hat und wenn nicht kannst du da ja immer noch reagieren also das wäre auf jeden fall meine aufstellung wie immer haut mir gerne eure aufstellung rein euer tipp fürs spiel ich habe glaube ich ein 2 1 gezippt oder ein 3 2 1 zum bein ich bin mir gar nicht sicher auf jeden fall habe ich eine knappe kiste getippt aber wer weiß wir spielen ohne kimmig da haben wir immer sehr gute spiele gemacht eigentlich von daher mal abwarten vielleicht wird es auch eine klare nummer aber vielleicht tun wir uns auch so schwer und haben das leistungs niveau der letzten oder der ersten drei spiele in der rückrunde dann wird es ein schwerer brocken ich bin sehr gespannt ich freue mich auf spiel ich bin wie gesagt sehr gespannt was wir sehen werden und in diesem sinne heute rot weiße grüße gehen raus bleibt gesund viel spaß beim spiel wir hören uns danach